So ein Kaffee ist immer was Gutes und das tut ja auch dann die Laune ein bisschen heben und jetzt habe ich besonders viel gute Laune, weil ich habe einen What's Job. Ich soll auf eine Damenhandtasche aufpassen und es wird mir sogar erlaubt, ich dürfte, wenn mir langweilig wäre, mal da reingucken, was da alles drin ist. Ein Hausausweis, es wird wertvoll, ein Tablet von Samsung, naja, bestimmt so 2,250 Euro, eine Geldbörse, Personalausweis, Oh, Kreditkarten! Unscheinbare, aber doch sehr teure Kopfhörer. Ich habe mich eben informiert. Kosten 90 Euro. Schicke kleine Kamera. Funktioniert. Tja, 400 Euro mindestens. iPhone 7 ist, glaube ich, ein Jahr alt. 800 Euro. Ist schon ziemlich mächtig. Und gut Regen tut es in der Tasche. Tja, Freunde, was glaubt ihr, wenn diese Tasche wirklich geklaut wird? Wenn die Tasche bei einem Raubüberfall weggenommen wird? Wer zahlt das? Was passiert, wenn die Kamera vielleicht einfach unterfällt? Oder wenn einem dieses iPhone aus der Hand geschlagen wird? Das sind alles Dinge, die können wir mit der neuen, modernen Hausratversicherung der Allianz lösen. Wir haben hier beste Voraussetzungen und wenn das clever kombiniert wird, spart ihr nochmal bis zu 20 Prozent. Das bleibt eigentlich jetzt nur noch zu sagen, schönes Wochenende und ich freue mich, wenn diese tolle Tasche hier wieder abgeholt wird. Dann geht's noch mal. Dann geht's noch mal. Dann geht's noch mal. Vielen Dank.